Sitzen drei Ältere, haben wir an der Reha im Wasserbad und entspannen. Da meint der Erste, wisst ihr, warum ich hier bin? Ich hab's mit den Bandscheiben, ne? Kann mich nicht richtig bewegen, aber hier im warmen Wasser, da geht's. Da sagt der Zweite, bei mir ist es ähnlich. Ich hab Arthrose, ne? Höllige Schmerzen, aber hier im warmen Wasser, da geht's. Da sagt der Dritte, bei mir ist es genauso. Ich hab's mit der Prostata, kann nicht richtig pinkeln, aber hier im warmen Wasser, da geht's.